Oh mein Gott, Leute, wir haben eine Kajaktour gemacht, als uns plötzlich eine Ottermama mit ihrem Baby verfolgt hat. Wir wussten nicht genau, was ihre Mission ist, vielleicht brauchte sie eine kurze Pause von ihrem Baby. Im Nachhinein haben wir dann rausgefunden, dass Otter ihre Babys an sichere Orte legen, um auf Nahrungssuche zu gehen. Zu dem Zeitpunkt wussten wir das nicht und wir wollten nicht in die Natur eingreifen, weil uns der Kajak-Auslei-Dude gesagt hat, dass wir mindestens sechs Kajaklängen Abstand halten sollen von den Ottern. Ja, diese Info haben die Otter irgendwie nicht erhalten. Es war auf jeden Fall trotzdem ein mega süßer Moment. Guckt euch einfach dieses Baby an. Guckt es euch an. Oh mein Gott, wie süß es ist.